Der nächste Talk ist jenseits Ihres Cable Modems, wie man nicht DOCSIS-Netzwerke implementieren sollte, von Alexander Graf. Alexander Graf wird darüber reden und er hat darüber viel geforscht, über Sachen, die andere Leute denken, die viel zu kompliziert sind und gibt uns diesen Talk über was außerhalb Ihres Apartments geschieht. Bitte einen warmen Applaus. Hallo und willkommen zu meinem Talk jenseits des Cable Modems. Das geht jenseits das, was Ihr zu Hause seht, das einmal in das Cable Modem einpluggen und dann passiert das. Wer bin ich? Ich bin Alexander Graf. Ich bin ein KWM-Funnel. Normalerweise habe ich nichts mit Kacken zu tun. Normalerweise mache ich was mit dem Device zu tun. Aber im letzten Jahr hatte ich viel Zeit frei, weil das Baby geheult hat. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, machen wir was Mützliches. Also was ist passiert? Also wir sind in ein neues Haus umgezogen und früher hatten wir DSL und Telefon und alles war wunderbar. Dann sind wir umgezogen in dieses neue Haus. Da war kein DSL. Es gab DSL, aber ich konnte es nicht verwenden. Und dann dachte ich mir, okay, neue Technologie verwenden, einfach mal das Kabel verwenden. Okay, ich habe mir den Kabelmodel geholt, meinen Provider registriert und dann hatte ich Internet über Kabel. Wunderbar. Da habe ich mir gedacht, ja. Und da habe ich mir gedacht, einfach das Telefon darüber auch noch. Dann können Leute mich trotzdem anrufen, wenn sie möchten. Das Problem ist, als ich das empfangen habe, habe ich mir aufgefallen, hm, irgendwas passt hier nicht. Das ist ein analoges Telefon. Sind wir in 2015 oder wie war, oder was ist los? Deshalb, anstatt meines normalen digitalen Sachen, musste ich das analoge Telefon finden. Deswegen musste ich eine weitere Box rein tun, um das zu konvertieren, damit ich mein Haus in die andere übersetzen kann und dann schließe ich mein Telefon verwenden. Sehen Sie das Problem? Der ganze Mist, das sieht ziemlich dumm aus. Warum würde man das analog nach digital, das Zeug, das in den Kabelmodel geht, ist natürlich digital. Warum zweimal, warum zweimal konvertieren und dann zurück nach analog konvertieren und dann zurück nach digital, nur damit man den Telefon runterruft. Deswegen habe ich sie angerufen und gesagt, hey, kann ich das nicht irgendwie direkt, kann ich mir einen Direktzugang haben, damit ich, damit ich mein, digital durchgängig digitale Telefon? Ja, im Hintergrund haben wir im Hintergrund E-Sip, ganz normales VoIP. Ja, wenn du weißt, was du tust, dann tue es, hack es einfach. Kein Problem. Okay, Challenge angenommen. Was wir schon von Felix früher gehört haben, wenn du dein eigenes System nicht kaputt machen musst, baust du einfach ein neues auf Ebay. Super billig im Internet kaufen, ja, und dann kannst du es mit der Art von Liebe behandeln, die man so einem Advice geben kann. Wie man sieht, mein Modem hat einfach Linux. Super, passt gut zu mir. Normales ARM-System. Das einzige Besondere ist, dass das Big Endian ist, ja, ich bin ARM gewöhnt, ja, warum nicht? Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ich will einfach nur dieses VoIP, dass dieses VoIP-Zeug funktioniert. Schauen wir uns das mal an, wie funktioniert das? Ah, wie man sieht, ist einfach ein normales SIP, SIP läuft normaler 5060-Port, ein normaler SIP-Client läuft da. Aber diese IP ist irgendwie komisch. Meine externe IP ist natürlich anders. Und meine interne IP ist auch anders. Was ist diese komische IP? Dann habe ich mir mal die IP-Liste angeschaut. Irgendwas ist komisch. Ich habe jede Menge IPs und jede Menge Verbindungen, die ich wirklich nichts weiß. Schauen wir uns das da unten an. Da unten ist meine Telefonlinie und da oben ist was anderes. Und da habe ich nichts weiß. Da habe ich mir gedacht, schauen wir uns das mal genauer an und schauen, was genau da passiert. Wie funktioniert DOCSIS? Das ist der Hintergrund, der High-Level-Hintergrund. Wie funktioniert das Ganze? Also du hast ein Kabel, das mit einem Kabel mit einem CMTS verbunden ist, ein Übersetzungsservice, das dann wieder DOCSIS-Sachen und verwendet es in IP und sendet es irgendwas komisches in IP und schickt es dann irgendwo hin. Aber es gibt dir nicht nur eine Linie, sondern drei. Eine fürs Internet, logisch, kennst du ja, die willst du haben, wenn du dich da einschöpselst, dann siehst du die. Dann kriegst du noch eine zweite Linie für Voice-Way-P und drittens eine weitere Linie, die ich mal Admin-Linie nenne. Hm, schauen wir jetzt mal diese Admin-Line mal. Das hört sich am interessantesten an, stimmt, oder? Was tut die Admin-Line? Hm, ja. Tja, schließlich, am Ende ist das Modem nur ein Client. Das heißt, das Erste, was es macht, wenn es online kommt, macht es DHCP. Und dann machst du nach dem DHCP, holst du sich eine IP-Adresse und holt sich alles, was sie braucht. Und dann, ja klar, logisch, normal ist die DHCP-Anfrage. Und dann machst du etwas Ähnliches wie Pixie-Booting. Normalerweise würdest du ein Executable bekommen, aber hier kriegst du etwas anderes. Und zwar kriegst du einen File, das würdest du runterladen müssen mit TFTP, so ähnlich wie per Pixie. Aber in diesem Fall ist es eine Config-File. Ah, wie man sieht, ein Config-File. Das, ja, empfängst du halt einfach mit Pixie in einem Gb-Mondel und dann ist das Gb-Mondel konfiguriert. Was ist in diesem komischen Provisioning-File, so wird es genannt? Hm, ja, zum Beispiel, was ist der Name der Firmware, wenn du dir Firmware updaten möchtest? Oder wenn der Firmware-Britagern hätte, dass du die Firmware updaten möchtest. Wie viel Bandbreite habe ich? Ich habe gehört, dass die Leute damit rumspielen, vielleicht. Tja, weil es eine normale TFTP-Anfrage ist, konnte man es selber auch tun. Hier habe ich meine Config-File abgeholt. Ja, hier. Hier ist es. Das Interessante ist, als ich damit angefangen habe, war, tja, es ist meine Config-File. Wie ist es mit den Config-File von anderen Leuten? Kann ich die holen? Ja, ich kann denen die MAC-Adresse abholen und ja, da habe ich das Config-File von anderen Leuten. Ja, ja, super einfach. Ach, so soll es funktionieren. Tja, die Effekte davon, darüber reden wir später, was die Konsequenzen sind. Also, wir sagen einfach mal, dass das FTFTP etwas unsicher ist. Na, wenn du ein Poeter bist und würdest gerne wissen, was die Leute so tun, stell dir vor, du bist der Admin und du bist einer der Guten und willst wissen, okay, was tun die Leute mit ihrem Modem? Ähm, dann lohnen sie zu viel Zeug, das kannst du natürlich nicht filtern, ja, oder irgendwie so. Was tust du? Tja, dann machst du einfach, was der Industrie-Standard ist und du schickst eine SMP-Anfrage mit einem Passwort, das nur du kennst. Ja, klar, schickst über zum Kabel-Modem und antwortet mit einer Antwort, ja, ja, ich bin, ja, ich bin der folgende, hier folgende Information, bitte sehr. Oh, das war ein bisschen zu schnell. Aber wie, wie, wie kann, wie verifiziert das Modem das Passwort? Genau, es verwendet das Config-File. Tja, wenn du das erste Provisioning-File erstmal hast, das Config-File erstmal hast, von einem X-Beliebigen-Modem runtergeladen hast, dann hast du ein interessantes Passwort. Ja, okay. Tja, aber sie haben mindestens eine Sache gemacht, und zwar den Adressraum limitiert, wie man sieht. Ja. Ja. Tja, als Tipp für die Leute, die nicht geklappt haben, dass das heißt, das heißt jeder in dem Netzwerk. Wie groß ist dieses Netzwerk? Ich habe mir immer gedacht, probieren wir es einfach mal aus und fragen wir mal die Leute in Hannover, ob ich die Mec-Adresse mal gerne haben könnte und schauen, wie weit ich komme. Ich schicke mal eine SMP-Adresse, Anfrage, ich habe ja jetzt das Passwort, und fragen wir das Modem. Bitte mal alles sagen, was du weißt. Und es hat geantwortet. Jede Menge interessante Informationen, das ist unglaublich. Alle möglichen Sachen zum Beispiel, ja toll, das ist ein Modem. Zum Beispiel, hier ist meine öffentliche IP-Adresse, falls du mal nach jemanden suchst. Oder hier sind meine internen MAC- und IP-Adressen, falls du jemanden, das Notebook von jemanden suchst, zum Beispiel, das geklaut wurde. Oder hier ist mein Provisioning-File, für den Fall, dass du mal alle Maschinen gepodcasten hast und die mal fragst, wie wohl der ein Provisioning-File ist. Tja, natürlich habe ich das nie getan, klar. Tja, die ganze SNMP-Geschichte ist nicht so sicher. Aber irgendwann, wenn das Modem nicht funktioniert, wie du meinst, oder wenn irgendwas kaputt ist, oder wenn du das Modem tragst, dann hätte der Admin gerne mehr Zugriff, nicht irgendwie sowas, was Limitiertes wie SNMP. Er möchte mehr Hardcore-Access, zum Beispiel wirklich eine Shell verwenden. Wie kann man Shell 2015, wie machen wir es? 2015, ja genau, mit Telnet. Hier kommt später noch dazu, warum Telnet hier eine gute Idee war. Aber das sind noch 30 Slides oder so. Okay, wir haben also schon eine SNMP-Verbindung mit einem anderen Modem hingekriegt. Wir lassen uns einfach das gleiche mit Telnet versuchen und mal sehen, wie weit wir kommen. Okay, wir Telnet rein und das zeigt hier, gib mir ein Login. Woher nehme ich diesen Login? Der Administrator muss das Passwort irgendwie an das Modem geben. Das Modem muss ihn irgendwie prüfen, basierend auf seiner Konfiguration, die es aus seiner Provisionierungsdatei bekommt. Und nun, ich glaube, ihr seht, wo das hinkommt. Also aus der gleichen Datei, die ihr für alle User im Netzwerk runterladen könnt, habt ihr auch den Namen und das Passwort. Als Plaintext. Das ist das, was mich die meiste Zeit gekostet hat. Ich habe Wochen damit zugebracht, rauszufinden, was das für ein Hash ist. Wir versuchen, uns mal damit einzuloggen mit den Zugangsstatten, die wir bekommen haben. Und da bekommen wir ein Command-O-Signal-Interface für den armen Admin auf Provider-Seite. Ich mag diese beschränkten Interfaces aber nicht wirklich. Ich will eine richtige Shell. Ich will Kernmodule laden. Ich will meinen Netzwerk-Traffic filtern. Ich will alles, was das Modem tut, an andere Maschinen umleiten. Ich möchte den Voice-over-IP-Client umschreiben, um andere... Ja, also, ich möchte was Richtiges tun. Also, ich gebe das Hilfe-Kommando ein und das sagt mir, ja, es gibt ein Kommando namens Shell. Und, naja, da ist die Shell. Und an diesem Punkt kann ich eigentlich machen, was immer ich will. Ich habe vollen Root-Zugang und alles, was darauf läuft. Also, da laufen viele verschiedene Art Software drauf. Da ist ein Web-Server dabei, da ist ein FTP-Server. Und jetzt kann ich also alles machen. Ich kann hier Traffic umleiten. Also, ich tue es nicht, aber das ist das, wo ich noch ein halbes Jahr stammt. Eine andere Sache ist, das ist offenbar sehr anstrengend, verschiedene Passworte für verschiedene Geräte zu generieren. Also, nehmen wir halt eins für alle. Das ist gut genug. Also, ihr müsst also nicht mal anderer Leute Provisionierungsdatei anschauen. Ihr könnt einfach eures benutzen. Also, ihr könnt euch in jedes beliebige Modem da draußen einloggen, außer Fritzboxen. Gratuliere, gut gemacht. Also, auf einem sind offenbar die Einzigen, die in den Standardschema des Providers nicht gefolgt sind. Sie haben gesagt, nein, 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 wir machen die Firmware. Und da machen sie einfach nur ungern Telnet auf. Offenbar sind da Leute, in deren Format die eine Ahnung haben, was sie tun. Okay, also, ich würde sagen, dieser ganze Telnet-Zugang ist jetzt auch nicht so ganz sicher. Aber wir wollten hier eigentlich gar nicht mit dem Admin-Network spielen. Es war halt einfach da und wir haben es angeschaut und naja, wir wollten Voice-over-IP machen, ne? Ja, so, wie funktioniert Voice-over-IP? Es ist recht ähnlich, es macht auch einen DZP-Request am Anfang, das ist normalerweise kein Problem. Deshalb habe ich es hier mit so einem grünen Häkchen markiert. Ich überlasse das anderen, da weiter zu forschen. Es macht das gleiche Ding mit TFTP. Also, wenn ich einfach nicht mein Provisioning-Datei von meinem eigenen Modem runterlade, aus dem Admin-Netzwerk, sondern einfach aus dem Voice-over-IP-Netzwerk. Dann sind da alle Daten drin. In der Weise haben all diese Kabel-Provider aufsteigende MAC-Adressen verwendet. Wenn ihr also eine habt, habt ihr auch alle anderen. Das ist praktisch. Fragt also einfach einen Freund, kannst du bitte über deine MAC-Adresse sagen? Und dann habt ihr alles, was man braucht. SNMP ist die gleiche Sache, ihr könnt über SNMP ran. Das Schöne hierbei ist, dass die Box euch auch sagt, welche anderen Zugänge es hat. Wenn ihr also nur eine IP-Adresse habt, außerdem gibt es noch einen internen DNS, den ihr einfach fragen könnt, hey, was ist die MAC-Adresse von dieser IP? Dann schickt ihr ein SNMP und fragt nach den IP-Adressen des anderen Netzwerks und dann könnt ihr über das Admin-Netzwerk draufzugreifen. Das wirklich interessante Teil ist aber natürlich SAP. Wir machen ja Voice-over-IP. Darum geht es ja hier. Und Voice-over-IP funktioniert so, dass das Modem möchte einen Telefonanruf machen. Wie macht man einen Telefonanruf mit der SAP? Naja, man muss sich anmelden, man braucht Zugangsdaten. Das Modem muss dem Server sagen, hey, ich möchte mich gerne anmelden. Und das steht natürlich in der Provisionierungsdatei. Man nimmt die also, sagt dem Server, hey, ich möchte einen Anruf tätigen. Und dann machst du den Anruf. Und wenn wir in die Datei schauen, dann sehen wir hier, es enthält ein paar Server und den Nutzernamen und die Telefonnummer und quasi alles, was man brauchen würde, um sich in einen SAP-Server anzumelden. Weil ich jetzt aber alle anderen Provisionierungsdateien lesen kann. Hm. Okay, jetzt stellt euch vor, ich bin dieser Nutzer da oben. Und ich mache einfach einen normalen Anruf als diese Telefonnummer da oben. Vielleicht ist dann noch dieser andere Typ in diesem Netzwerk, der einfach deine Provisionierungsdatei runterlädt und alle Zugangsdaten bekommt, die er braucht. Also die gleiche Telefonnummer. Und dann kann er halt einfach einen Anruf machen. Hm. Ja, vielleicht hätte ich mir ein paar 0,100er-Nummern registrieren sollen. Der wirklich interessante Teil ist, es geht auch andersrum. Wenn man sich dafür anmeldet und du bist schneller als der andere, dann bekommt das andere Modem halt keine Anrufe. Das heißt, du bekommst den Anruf und dann kannst du dem anderen Modem einfach sagen, hey, da war ein Anruf, nur dass du jetzt den ganzen Verkehr durch dein eigenes Modem umleitest und deshalb all diese Gespräche mithören kannst. Ja. Naja. Not sure it would be a good idea to talk to your lawyer about, either way. Vielleicht keine gute Idee darüber, irgendwelche sicherheitskritischen Sachen zu besprechen. Ich würde SIP, also jetzt hier, nicht unbedingt als sicher markieren. Okay, so, Telnet-Zugang, all diese anderen Teile, naja, gut. Ich kann es für mich selber beheben. Ich bin egoist genug. Der Rest der Menschheit ist mir egal. Also, nein, es ist mir nicht egal, aber ich kann es wenigstens, ich könnte so tun. Also, ich kann für alle anderen ignorieren, ich kann es für mich selbst beheben, aber für Voice-over-IP kann ich es nicht, denn da bin ich gar nicht drin. Irgendwer anders könnte meine Zugangsdaten stehlen und sich einloggen. Und es gibt nichts, was ich da tun kann. An dem Punkt war ich dann ein bisschen besorgt, dass mich jemand hacken könnte. Also habe ich mir dann auch immer nachgedacht, wie man dieses Ding beheben könnte. Das Erste ist natürlich, okay, du als User lebst das Telefon ab und rufst den Techniker an, den Kundensupport deines Providers. Ja, nee, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Nee, 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 nee. Also dachte ich, dann rufe ich jemand anders an. Ich habe ein paar Freunde angerufen. Von Heise Online, die ich von meiner Arbeit mit Linux kenne. Und die machen auch so Sicherheitsdinge, wo das hier so drunter fällt und habe sie als Proxy genommen, sodass niemand mich verklagen konnte, bis die Sache erledigt war. Also, stellt euch vor, was der Provider machen würde, wenn er hört, dass ich mich in ihren Telnet-Account eingeheckt habe. Na ja, klar, er würde Telnet mit SSH ersetzen, richtig? Das ist, was jeder machen würde. Du schaust es an und sagst, oh mein Gott, das ist 2015, warum haben wir noch Telnet? Die Antwort ist recht einfach. Schaut euch das nochmal an. Das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Das ist die Provisionierungsdatei. SSH hat tatsächlich andere Login-Daten. Das sind die SSH-Login-Daten. Und das Passwort ist ein anderes. Ich weiß nicht, was das Passwort ist. Aber ich kann euch sagen, dass der Passwort-Hash echt cool ist. Denn das ist etwas, das aus VxWorks kommt. Ich bin also ziemlich sicher, dass andere Geräte da draußen sind, die interessant sind. Und wie es funktioniert, ist, dass es einfach eine Checksum über die Eingabe macht, die irgendwo zwischen diesen Zahlen macht und das dann heuristisch auf einen bestimmten String abbildet. Das heißt, das ganze Passwort da drunten ist eigentlich eine einzige Zahl. Im realistischen Fall ist es maximal 40 Zeichen. Realistischerweise muss man vielleicht 100 Passworte ausprobieren und jeder Herrsch da draußen ist dann schon gecrackt. Das heißt, es gibt so viele Kollisionen in diesem Hash-System, den ich eigentlich gar nicht Hash nennen will, dass ich gar nicht weiß, was das originale Passwort ist, aber dass sie funktioniert. Also, ich habe mich ein mit dieser Maschine und ich gebe mein Kollisionspasswort ein und naja, hey, hier, das gleiche Ding wie vorher. Ich habe gesagt, pass auf, es ist vielleicht nicht ganz so leicht, vielleicht solltet ihr ein bisschen tief durchatmen und überlegen, wieso die Dinge eigentlich kaputt sind. Und das haben sie gemacht. Also, was passiert als nächstes? Wir hatten dieses Riesenkarsel und all diesen Diensten, die irgendwie verfügbar sind und angreifbar sind und komplett kaputt. Das war vor zwei Monaten. Also, wir konnten denen das nicht alles vor allem sagen früher. Und wir sagten ihnen, pass auf, in zwei Monaten auf dem C3 werden wir einen Talk halten, das soll alles veröffentlicht werden. Vielleicht wollt ihr bis dahin ein Netzwerk behoben haben. Das heißt, zuerst haben sie auf dem TFTP-Server eine Prüfung eingebaut, ob du denn überhaupt berechtigt bist, diese Professionierungsdatei runterzuladen. Jetzt kannst du also nur deine eigene Datei runterladen. Das ist toll. Das ist so das offensichtliche Ding. Das ist also behoben. Dann sagten sie, naja, eigentlich gibt es keinen Grund, warum ein Modem SNMP-Traffic mit anderen Modems machen sollte. Also haben sie einfach eine Firewall-Regel eingestellt, die SNMP-Traffic zwischen verschiedenen Maschinen verbietet. Problem gelöst. Das gleiche für SSH. Sie sagten, es gibt keinen Grund, warum irgendein Modem mit einem anderen Modem TCP sprechen sollte. Zack. Problem gelöst. Und weil der Voice-over-IP-Zugang auch an die Provisionierungsdatei gebunden ist, die man jetzt nicht wieder runterladen kann, ist das auch gelöst. Toll. Das ist toll. Ihr könnt jetzt datschen. Das ist toll. Danke ISPs. Also, jetzt bin ich wieder da, wo ich am Anfang hätte sein sollen. Also, schützt eure Netzwerke, auch wenn ihr glaubt, dass niemand da reinkommen könnte. Sie würden es vielleicht trotzdem. Und sobald ein Kunde euer Gerät physisch zugreifen kann, was mit einem Modem normalerweise der Fall ist, naja, dann kommt er auch ins Netzwerk. Es gibt keine Möglichkeit, das zu verhindern. Also glaubt nicht, dass das Zuhause des Kunden die Grenze aus Netzwerks ist. Die Grenze ist bei dem Kabel, wo es in das Zuhause geht. Und gleichzeitig heißt das auch, wenn ihr irgendwelche Geräte von euren Providern bekommt, dann vertraut ihnen nicht, denn sie können dann alles machen. In diesem Fall war ich laut Aussagen meines Providers in der Lage, drei Millionen Geräte zuzugreifen. Das ist schon eine recht hohe Zahl. Und außerdem, die Presse ist euer Freund. Wenn ihr euch sorgt, irgendetwas zu veröffentlichen, dann sprecht jemand an, der es für euch machen kann. Normalerweise klappt das ganz gut. Hoffen wir auch für das Beste. Das Ding ging Anfang dieser Woche online. Und es gab ein paar Fragen auf dem Forum, die ich gelesen habe. Und ich wollte nur das nur kurz beantworten. Das Erste ist, was immer kommt, ist eine Verschwörung. Ist es die NSA-Hintertür? Nein. Nein, die sind nicht so doof. Die haben Vordertüren, die brauchen keine Hintertüren. Das ist einfach nur ein Fall von, wenn wir es nicht sicherer machen, ist es leichter für uns. Das ist alles leichter für alle. Leider auch leichter für die, die keinen Zugang haben sollten. Also es ist keine Verschwörung. Es ist nicht irgendeine Geheimdienst-Hintertür. Es ist einfach nur eine Firma, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Das gleiche mit anderen Providern. Ich weiß nicht, mein Kabel war nicht lang genug. Ich konnte mich in einem anderen Land verbinden. Ich weiß nicht, ob andere Doxis-Netzwerke auch antreffbar sind. Aber nach allem, was ich weiß, ja, wahrscheinlich. Ich darf euch nicht sagen, dass ihr das prüfen sollt. Aber falls ihr vielleicht von selbst auf die Idee gekommen seid, dann nun ja. Es wurden keine Tiere bei der Produktion dieses Slides verletzt. Die Passworte wurden alle verändert. Also falls ihr die richtigen Passworte könnt, habt ihr wahrscheinlich während der Präsentation gelacht. Wenn ihr die Passworte nicht kennt, dann, naja, sie sind anders. Nach meinem besten Wissen, alles, was ich euch gerade gezeigt habe, ist jetzt komplett nutzlos, weil Kabel Deutschland das Problem jetzt behoben hat. Dankeschön. Dankeschön. Ja, jetzt können wir Fragen annehmen. Bitte, bitte. Ja, wenn ihr Fragen habt, bitte zum Mikrofon laufen und sichtbar dahinter stehen. Die erste Frage Nummer vier. Ja. Du hast gefragt, das hat mir zwei Wochen gebraucht, um zu verstehen, dass das Passwort kein Hash weiß. Und wie lange hat denn die gesamte Geschichte gedauert? Wie viel Facepalm und Stunden hat das gebraucht? Also ich habe nicht die ganze Zeit damit verbracht, eigentlich wirklich immer nur, wenn das Baby geschrien hat, dann dachte ich, naja, schaue ich es nochmal an. Es ist, ich habe vor zwei Jahren Kabelzugung bekommen. Ins Modem bin ich das erste Mal vor einem Jahr oder so rein, da habe ich mir das tatsächlich mir genau angeschaut. Ich bin dann einfach immer tiefer und tiefer eingestiegen. Zum Beispiel Voice over IP, ich habe erst im August oder so gemerkt, wie die ganze Voice over IP Story ist. Ich war schon so happy, dass ich die ganzen anderen Sachen gefunden habe, dass ich einfach weitergeschaut habe. Jetzt Nummer eins, bist du sicher, dass das TFTP, das Provisioning Config Erholung sicher ist? Wie machen die? Machen die einen Mac-Intect-T-Test? Ja, also... Das Problem ist das Gesetzen, ich darf euch nicht sagen, dass ihr es selbst ausprobieren sollt, ich darf euch nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass irgendwas auf der physischen Ebene unsicher ist, ich darf nicht sagen, dass... Also es gibt so viele Dinge, die ich über das Netzwerk nicht sagen darf, ich habe es nicht versucht, ich durfte nur rein und sagte, hier, TFTP Fetscher und wollte gucken, ob ich es kriegen kann. Nummer sieben bitte, da oben am Balkon. Hallo, meine Frage ist, am Anfang im Konfig-File war irgendwas von, beziehungsweise Bezug auf Network Priority oder Traffic Priorität, hast du damit rumgespielt? Was hat das mit Netzrealität vielleicht was zu tun? Also es geht nicht um Netzrealität, es geht um Quality of Service für verschiedene Dienste, so dass sie sagen, zum Beispiel Voice of IP bekommt Priorität über die anderen Bits, weil du natürlich niedrige Latenz für Sprach- und Grafik haben willst. Also es hat nichts Netzrealität zu tun, ich habe mit den Settings rumgespielt, einfach weil am Tag nach dem Fahrplan-Release mein Account auf 80 Kilobits gedrosselt wurde. Ich weiß nicht warum, könnte was zu tun haben, könnte aber auch nicht. Aber ich dachte, naja, ich zahle für 100 Megabit, also sollte ich 100 Megabit kriegen. Und habe mir diese Dinge mal angeschaut. Ich konnte meinen Modem nicht wirklich überzeugen. Ich habe die Bandbreite geändert, aber ich vermute, dass sie auch auf der anderen Seite Quality of Service nutzen. Aber wenn du es selber prüfen willst, dann sage ich dir nicht, dass du es nicht tun sollst. Nummer 2. Nummer 2, bitte. Ja, erstmal vielen Dank für diese schönen Einsichten. Ich bin sehr interessiert daran. Ich will nochmal ein Statement über das Config-File sagen. Du hättest ihnen sagen, dass das Provisioning-File abholen ist überhaupt eine schlechte Idee. Weil ich persönlich glaube, wenn die das nicht an den Seitenkanal schicken, ist das absolut nicht sicher. Die können es nicht anders machen, weil es Teilstandards ist. Es gibt einen DOCSIS-Standard, den alle Modems folgen müssen. Das ist Teilstandards. Sie können es nicht anders machen. Wenn du es anders tun willst, dann musst du dem DOCSIS-Standard-Community sagen. Und das sitzt in Indien. Ja, jetzt müssen wir mit denen reden. Und jetzt mal eine Frage aus dem Internet. Könnten zwei Modems dazu programmiert werden, um direkt miteinander zu reden, ohne die Firewalls zu vorbeigehen? Könnten zwei Modems dazu programmiert werden, dass sie direkt miteinander reden, ohne durch die Firewalls zu gehen? Also mit dem alten Schema könnte man einfach direkt durchrouten. Mit dem neuen Schema... Nicht mit den offiziellen Modems. Und Nummer 8. Der Balcony. Der Balcony. Der Balcony. Hast du alle Spuren von TR69 gefunden auf diesem Teil? Ja, auf den AVM-Boxen, die sicher waren. Das war das einzige, was Sinn gemacht hat. TR69 ist ein ziemlich guter Standard. Man hat der DPS-Verkehr. Es ist authentifiziert. Bitte den Server zu schicken. Also es ist eine total gute Methode, solche Systeme zu provisionieren. Es ist auf jeden Fall unterschiedlich wie alle anderen Wege. Auf den Docks des Modems, um ihnen zu sagen, dass sie neue Firmware brauchen. Es ist ihnen zu sagen, dass sie rebooten sollen, dass sie neue Provisierungsfile bekommen. Oder einfach direkt in SNMP reinpoken, um dort zu sagen, geh auf diesen TFTP-Server mit dieser Dateinamen und flash ihn auf deinen Flash. Nein, ich habe nicht versucht, diese privilegierten IPs zu spufen. Und jetzt ist Nummer vier da dran. Meine Frage ist, als du am Anfang versucht hast, sie via Heiser zu kontaktieren, haben sie versucht, dich dazu zu überzeugen, dass diesen Token nicht zu geben wäre und unter diesen Umständen müsste sie sich kratzen? Sie haben es nicht versucht. Absolut nicht. Meinst du das aufgrund von Ruf oder weil sie einfach geglaubt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sie einfach nicht gedacht haben, dass irgendein anderer Weg vollversprechend ist, weil die Presse ja schon involviert war. Also es gab diese Story und da ist halt einfach nichts, was sie sonst tun können. Vielen Dank. Bevor ich den Mikro übergehe, möchte ich die übrigbleibenden für 24 Minuten weiter Fragen und Antwort stellen. Das Internet, bitte. Wie viel davon wäre möglich, wenn das Modem in Bridge-Modus gewesen wäre? Mein Modem war in Bridge-Modus. Nummer 6. Hast du eine Idee, wie lange dieses System so war und hast du einen besonderen Grund, zu glauben, wer vielleicht diese Probleme ausgenutzt haben könnte? Ich weiß nicht. Ich habe niemand anderes da gesehen, aber es ist echt schwer, irgendjemandes Bestimmtes zu finden in mehr aus drei Millionen Geräten. Ich weiß von niemandem, der das ausnutzt. Also kann ich nur sagen, was Vodafone sagte und Vodafone sagte, dass niemand anders das ausgenutzt hat. Und ich glaube Ihnen das. Also ich glaube nicht, dass das jemand ausgenutzt hat. Was mich überrascht, weil es doch recht offensichtlich war. Aber offenbar hat niemand daran gedacht, da ins Modem reinzugehen. Mit dem Timing, Kabel Deutschland machen jetzt seit zehn Jahren Internet und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es am Anfang anders sein sollte. Also wahrscheinlich war es in den letzten zehn Jahren verwundbar. Nachdem ich das gesagt habe, am Anfang hatten sie nicht mal DOCSIS 3. Das hatte nicht mal irgendwelche Encryption, äh Verschlüsselung. Also konnte man da eigentlich damals machen, was immer man machen wollte. Also mittlerweile ist es nur halb kompliziert. Nummer eins bitte. Ja, vielen Dank für den Talk. Also es ist hundertprozentig möglich, dass sie das überhaupt keine Ahnung haben, dass jemand anders das versucht hat. Und vielleicht längst viele Devices geflasht mit einer anderen Firmware geflasht hat und dass sie immer noch auf andere Kommandos hört, weil er zum Beispiel die Firmware verendet hat. Also sie haben die Firmware aktualisiert und einmal als ich gezeigt habe, dass sie auf SSH umgestellt sind, als sie auf SSH umgesteigen sind, sie haben die Firmware seitdem nicht aktualisiert. Aber sie können nicht sicher sein, dass es nicht ein anderes Firmware auf dem GoBit Modem ist. Was zum Beispiel, wenn jemand anders zum Beispiel ein Botnet hätte, machen wir vor vielen Jahren zum Beispiel oder vor zehn Jahren und jetzt bereits gewisse, ein paar von diesen Geräten kontrolliert und sie können sich nicht sicher sein, dass da keine komische andere Firma läuft. Sie wissen nicht, ob es von der dritten Partei ist. Ja klar, also man muss natürlich alle Informationen, die das Modem schickt, irgendwie fälschen, sonst kommt man halt in den Security-Block, in dem ich drin bin. Aber klar, du kannst die Firmware ändern und einfach versuchen, das möglichst gut zu emulieren und alle anderen Updates ignorieren und hoffen, dass niemand es rausfällt. Es ist absolut möglich. Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist absolut möglich. Okay, bitte keine weiterführenden Fragen. Wir haben jede Menge Zeit, aber bitte auf eine Frage beschränken. Jetzt Nummer zwei, bitte. Hast du versucht, deine MAC-Adresse auf dem DOCSIS-Niveau gecheckt oder wie können Sie sicher sein, die Authentifizierung des Modems machen? Die Authentifikation erfolgt über Zertifikate. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe den Standard auf dem Teil nicht gelesen, ob die MAC-Adresse Teil dieses Zertifikates ist. Das weiß ich nicht. Wenn nicht, dann kann man es natürlich einfach ändern. Ich habe es aber nicht versucht. Aber naja, die Modems kosten irgendwie acht Euro oder so. Nummer sieben. Was für andere Vorschläge hättest du, wenn jemand eine Idee hat, was für eine Schwachstelle es geben könnte für die Forschung und für die Veröffentlichung? Naja, ich kann dazu keine rechtlichen Hinweise geben. Ich kann nur dazu raten, jemanden zu involvieren, der das vorher schon mal gemacht hat. Denn die haben all diese Pain-Points schon gesehen. Die Presse ist gar noch besser, weil die einen richtig großen Hebel haben. Niemand will in der Presse sein für Wochen und Monate mit schlechten Schlagzeilen, dass jemand versucht hat, zu helfen, diesen Netzatz sicherer zu machen und sie ihn verklagt haben. Deshalb ist es wahrscheinlich am besten, durch die Presse zu gehen, weil das euch die Probleme auf dem Hals hält, aber es ist natürlich keine Garantie. Also ich kann da keinen belastbaren oder kohärenten Rat geben. Wenn ich sowas nochmal finden würde, würde ich den gleichen Weg nochmal nehmen. Also ich würde einfach heiser anrufen und es ging recht zu groß. Das coole ist, die hören der Presse sogar zu. Wenn ich den Service angerufen hätte, dann würden die einfach sagen, sorry, falsche Nummer, ich kann euch da nicht helfen. Und jetzt das Internet bitte. Wie hast du die Ursprungsdaten verwendet? Hast du JTAG verwendet oder hast du die Firma von dem Gerät gedumpt oder wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, wie viel davon ich eigentlich sagen sollte. Lass uns sagen, ich habe auf dem Slide, du kannst es eigentlich sogar sehen. Ich habe ähm... Lalalala... Okay, das dauert eine Walle. Äh, warte. Wo ist mein Mous-Cursor? Wo ist mein Mous-Cursor? Da ist das. Wo ist mein Mous-Cursor? Wo ist mein Mous-Cursor? Das ist ein Mous-Cursor. Das ist ein Mous-Cursor. Ich habe ein Bild von Modem hier. Genau. Und was ihr hier sehen könnt, das weiße und das gelbe Kabel, das ist der serielle Port. Und das IDE-Kabel da oben, das ist wo der Flash-Chip war, bevor ich damit rumgespielt habe. Jetzt ist der Flash-Chip eigentlich da oben auf dem Breadboard. Das heißt, ich konnte den Flash-Chip zwischen dem Gerät, das ich besitze, und dem hier einfach austauschen. Ich konnte also die Firma austauschen, konnte mir eine initiale Shell holen. Wie ich schon vorher sagte, ich verliere wirklich ungern Internetzugang. Das ist also nicht das Modem, das ich benutzt habe zu Hause. Ich habe dieses Modem benutzt, um ein Firmware-Image zu holen, sodass ich mir dann anschauen konnte, ob es da noch andere Bugs drin gibt, die ich nutzen könnte. Nummer 8. Vorher sagst du, dass Fritzbox sicherer ist und sie nicht den gleichen Schwachstellen haben. Dass sie einfach keine festcodierten Passwörter und dass die für andere Angriffe schwach sind. Und dass das jemand ihnen nicht sagt und das jemand sich daran anschauen sollte, oder meinst du, dass es unmöglich ist? Nach allem, was ich gesehen habe, und das ist jetzt nur ein Bauchgefühl, nachdem ich die Firmware angeschaut habe. Normalerweise funktioniert Linux-Posite-Firmware dort so, dass es TI baut einen Baseband-Signal-Prozessor, die geht es an Motorola. Motorola geht es an CBN, CBN gibt es dann weiterhin in Kabel-Deutschland. Und jeder dieser Teile, dieser Ebenen baut ein paar Teile dazu, das ist der normale Weg, wie es solche Geräte gibt. Die AVM-Boxen, die sind komplett anders. Es gibt ein Firmware-Image und das enthielt sogar Informationen für einen österreichischen Provider. Also statt dem Kabel-Provider Kontrolle zu geben, sagt AVM einfach, dass sie behalten die Kontrolle selbst und hat die Dinge geordited, die sie taten. Das ist der große Unterschied. Noch eine Frage aus dem Internet, bitte. Weißt du, ob sie immer noch unverschüttetes SIP verwenden? Ja. Ja. Also, am Protokoll hat sich nichts geändert. Sie haben nur ein paar Firewalls hochgezogen. Tja, sobald du auf der physischen Ebene bist, auslesen, was du möchtest. Und natürlich die Doxes-Verschlüsselung brechen. Jetzt mal Nummer zwei, bitte. Ich habe nicht so eine Frage, sondern eher ein paar Einsichten und Perspektiven. Ich habe für viele Provider gearbeitet. Und ich habe für einen Provider gearbeitet, der ein ähnliches Problem hatte. Und die Art und Weise, wie das korporiert wurde, könntest du euch anschauen. Ihr wisst nicht, welchen er da war. Die Lösung war, einfach mal die IP gecheckt. Also, sobald du es runtergeladen hattest von dem TFTP-Server, wurde gecheckt, ob das von der komischen IP gecheckt wurde. Es könnte sein, dass man dieses Problem wiederherstellt, zum Beispiel, indem man einfach eine IP erhält, die man nicht haben sollte. Dazu würde ich noch über SIP sagen. Du hast gesagt, dass es möglich wäre, um versteckter Weise irgendwelche Unterhaltungen abzuhören, weil viele SIP-Server dafür konfiguriert werden können, um viele Endpoints zu haben. Also, wenn der Räuber dann... Also, das was ich über den SIP-Server habe, würde ich sagen. Dieser bestimmte Server hat nur einen Endpunkt erlaubt, soweit ich weiß. Nummer drei, bitte. Ja, ich bin mit diesem Talk gegangen, weil ich weiß, am Anfang von DOCSIS, weil ich wusste, dass Sie früher die Modems DOCSIS-File über den Ethernet-Port gebeten haben, was super ist. Meine Frage ist, gibt es im DOCSIS-Standard eine Art und Weise, dass der Provider die Hardware verifizieren kann? Also, ich habe gesehen, dass es da irgendwie den Typus und die SNP-Informationen, aber das kann man natürlich spufen. Klar, wenn wir eigentlich laufen nicht auf der falschen Hardware. Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Naja, ich wollte wissen, kann der Provider irgendwie verifizieren, was für eine Hardware da läuft? Also, ich komme aus dem Visualisierungshintergrund und in meiner Welt gibt es sowas nicht. Also, wenn du es irgendwie abstrahieren kannst, dann kannst du abstrahieren. Punkt, das ist es. 8. 8, bitte. 8. 8, bitte. Ich wollte noch was zum Max-Prüfing sagen, weil ich mal so ein Modem hatte, vor 5 Jahren. Ich bin nie ins Modem eingestiegen, aber ich hatte eine Paar-Anwendung, wo ich eine schnell neue IP-Adresse brauchte und ich weiß noch, ich weiß noch, ich konnte dem Modem sagen, wenn die unterschiedliche MAC-Adresse sagen, kriegte man eine andere öffentliche IP-Adresse vor früher. Ich weiß jetzt nicht, ob es inzwischen anders ist, was vor fünf Jahren war, aber ja, nach dem, was ich gehört habe, bin ich mir nicht sicher, ob es sich verändert hat. Also ich bin mir sicher, dass es immer noch so ist. Ich habe das selber nie gemacht, aber ich habe es von Leuten gehört, die das gemacht haben und die MAC-Adresse und der Zertifikatsprüfung sind recht simpel. Also wenn ihr ein gültiges Zertifikat habt von irgendjemand, der vielleicht für den Dienst bezahlt und dieses Zertifikat bekommt und ihr seid nicht auf dem gleichen CMTS wie der, dann könnt ihr trotzdem sagen, hallo, ich bin der, obwohl ihr einen verschiedenen MAC-Adresse habt. Das bedeutet, auch wenn ihr die MAC-Adresse ändert, könnt ihr eben anders sein. Das heißt auch, dass ihr vielleicht andere Leute Provinierungsdatei bekommen könnt, immer noch. Nun, ja. Ich will es nicht probieren. Nummer zwei. Ja. Ja, du hast mit einem bestimmten Provinter gedacht. Ich weiß, das ist noch ein zweiter Provinter, der die gleiche Technologie verwendet. Waren die auch in diese Gespräche involviert? Also hat, glaube ich, Deutschland zwei Provinter gebraucht? Nein, aber sie sollten sich besser beeilen. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das auf Deutschland beschränkt ist. Absolut nicht. Ja. Wir werden sehen, wer schneller ist. All right? End of questions, right? Ja, it looks like we're at the end of questions. Es sieht so aus, als dass das Ende der Fragen ist. Vielleicht das Internet? Nee, keine. Internet hat keine Fragen mehr. Acht leere Mikros. Ja, dann vielen Dank für den Talk. Vielen Dank für die schönen Einsichten. Vielen Dank.